So, 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 Leute, hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Match gegen Pukki-Style-Mielek! Wie auch immer man die Habara-Star ausspricht. Das ist mein Liga-Format, Feingames-Liga-Format. Eine Saison mit einer Mannschaft, eine Mittelklasse-Mannschaft in einer Liga, die wird zu Ende gespielt. Danach die nächste Liga, wieder eine Saison. Hatten wir schon ein paar, jetzt ist die polnische Liga dran. Sieben hat das sogar schon. Das ist schön. Oh, das ist schön. Glück gehabt. Yes. Da ist er jetzt drin. Hm. Ja. 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 Vielen Dank. Gut, doch absetzt. Oh, schade. Oh, sowas ist quirlig. Scheiße. Niedergrätscht. Was? Oh, fuck. Ja, genau. Ja, genau. Das war jetzt aber drinnen, oder? Oh, ja. So. Oh. Oh. Es wird rauer. Es wird rüder. Oh. 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 Gelbe. Oh. Oh. Huh. Jetzt wird's hart. Nein Scheiße Jetzt wird es bitter Jetzt wird es bitter Nein Den musst du doch machen Haber Ich habe zwei Mann weniger Da muss man Vorsprung ausbauen Bei sowas Fortschritte Fortschritte Ja gut, dann schauen wir mal Wie wir mit zwei Mann weniger Zurecht kommen Oh Nein Oh, das sah ich vorhin Alter, wohin Oh, da wohin Oh, da wohin Ich habe das Headset ausgesteckt gehabt Nur war die gegnerische Mannschaft Gerade im Angriffsmodus Da konnte ich jetzt nicht Gleich Einstecken Man muss noch durchhalten Man muss noch durchhalten Das sah ich schon Ja, hätte nicht auch so viel dürfen. Nein! Ja, schön gemacht. Das war eine erste Flanke. Ja, schön. Ja, schön. Nein! Ja, schön. Nein! Da hat er es am Fuß gehabt. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Das war jetzt echt schön, das Tor. Könnte in meine Auswahl kommen. Last Minute mit zwei Mann weniger. Eine Sensation. Und aus ist es. Jawohl! Yes! Das hat zwar kostet, das Match, aber man hat drei Punkte heimgebracht. Bis nächstes Mal weiter geht es wieder beim nächsten Mal. Ich bin der Fanggeber. Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao und Baba! Das war aus! B USD